Einen wunderschönen guten Morgen und ein ganz herzliches Willkommen zu meinem neuen Halb-Live-Video. Heute ist Samstag und ich bin die ganze Zeit mit mir am struggeln. Gehe ich zum Samstag-Bazaar hier bei uns in Mahmoud-Lash oder gehe ich nicht? Guckt mal, wir kriegen wieder Katzenbesuch, wie jeden Morgen eigentlich, wenn ich dieses Video starte. Also, diese Katze hat eben im Pool getrunken. Also, ich weiß ja auch nicht, ob die das gut vertragen und ob das was ausmacht. Jetzt will sie ja nicht herkommen. Doch, ich will dich doch mal fehlen. Ne, doch, da. Guckt mal, guckt mal, welch der Tag. Ah, das ist unsere graue Katze, die sich letztes Mal gefetzt hat. Falls ihr das gesehen habt oder nicht, den guckt mal in meinem letzten Vlog. Die hat sich hier richtig, die hat ihr Revier verteidigt. Jetzt guckt sie wahrscheinlich, waren da andere Katzen? Ja, war da jemand anders? Na, den geht mal los. Ich glaube, ein bisschen Futter müsste da noch drin sein für dich. Ne, geh mal hin. Ne, geh mal hin. Doch nicht. Bist du eigentlich ein Männchen? Ne, Weibchen, ne? Also, bist du doch schwanger vielleicht? Ich dachte, du seist ein Männchen. Naja, mein Lieben, der müssen wir uns jetzt mal ranhalten. Ich glaube, viel Futter ist da nicht mehr drin. Und deswegen müssen wir mal gucken, dass wir dieses Video zu Ende kriegen, damit ich der kleinen Maus schon was geben kann. Ja, heute ist, wie gesagt, Samstag. Jimmy ist gestern weg. Und ich habe mir erst mal so einen Kaffee gemacht, damit wir uns ein bisschen unterhalten können. Mein Kopf schläft nämlich noch. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist 8 Uhr. Hier bei uns in der Türke oder 5 Uhr, 8 Uhr, irgendwie so. Und wie gesagt, ich bin heute am strugglen, ob ich nicht auf den Samstagsbasar gehe. Aber das sollte man eigentlich nicht machen. Also jedenfalls nicht, wenn man da nichts kaufen will. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe, ich esse viel Obst und Gemüse, aber das mache ich ja alles nicht. Obwohl ich vielleicht einen Blumenkohl mitnehmen könnte. Ja, nur das Ding ist, wer schleppt denn das Ding hier hoch? Also ich meine, so ein Blumenkohl ist auch ganz schön schwer. Und ich muss bei der Affenhitze ja den Berg wieder hoch. Ja, also ich weiß nicht. Ich könnte auch Gemüse kaufen, damit ich mir das einkoche zur Marmelade. Da hätte ich nämlich auch richtig Hunger drauf. Aber da könnte ich auch auf den Dienstagsbasar gehen, weil der ist hier bei mir näher dran als der Samstagsbasar. Der ist ganz schön weit weg. Ja, also wir wissen es noch nicht. Insofern lasst wir uns überraschen. Meine Lieben, ich wünsche euch aber auf jeden Fall ein richtig tolles und gut gelautes Wochenende. Ich bin ganz erstaunt, weil gestern war ich eben auch tief unglücklich und todtraurig. Es hat wirklich den ganzen Abend gedauert und den ganzen Tag, bis ich es überwunden habe, dass Jimmy weg war. Ich weiß gar nicht, warum mir das diesmal so schwer gefallen ist. Ja, keine Ahnung. Aber wir waren ja auch ganz süß hier. Wir haben immer schön gebadet und sind wir abends runtergegangen. Und da haben wir zusammen gegessen. Ja, nee, also das fiel mir jetzt wirklich sehr schwer. Und zumal er ja auch nicht gehen wollte. Das war ja auch nochmal ein großer Faktor dabei. Und heute würde ich aber doch sagen, das wird doch nochmal zu Basar gehen, damit ich mir irgendwas zu essen kaufe. Und Blumenkohl vielleicht wäre schon nicht schlecht, weil dann kann ich mir eine schöne Soße dazu machen. Ja. Und kann dann auch ein bisschen vitaminreich mal essen. Madame geht des Weges. War doch nicht so viel mehr drin. Ja, ich tue dir ja nichts. Nee, das ist ein Weibchen. Ganz eindeutig. Also das kann sein, dass sie dann doch schwanger ist. Wir hatten da ja mal verhutet. Wir werden es sehen in den nächsten Tagen. So eine Katzenschwangerschaft dauert ja nicht lange. Wir hatten ja auch mal Katzen zwei sozusagen über die ganzen Jahre hinüber mit unserem großen Schäferhund. Das ging übrigens gar nicht so gut, aber haben wir auch gemacht. Und die waren ja auch zweimal schwanger. Da hatten wir auch ganz viele Babys. Das dauert nicht lang. Und einmal hat sie, eine unserer Katzen hat in den Schrank meines Mannes ihre Babys sozusagen geboren. Oh, alle, ich habe immer die Socken von meinem Mann in so einen Holzkleiderschrank gelegt. Und die Socken lagen alle auf der Erde. Und wenn ihr wisst, wie das mit neun oder mit elf Kindern abläuft, das größte Problem, wenn man so viele Kinder hat, sind die Socken. Weil, kann man sich vielleicht vorstellen, immer ist irgendeine Socke weg und es ist ganz furchtbar. Und du musst richtig viele Socken haben, damit du dieses Problem mit der einen Socke, die immer weg ist, behebst. Weil sonst haben ganz viele keine Socken. Und ich habe die Socken meines Mannes immer auf die Schrank Erde sozusagen, auf den Boden gelegt. Also war der ganze Schrank Boden mit Socken belegt, wo einer nicht da war. Und die andere Hälfte war mit, ich habe die immer so zusammengeknödelt, wie die meisten wahrscheinlich, so zusammen, so zum Ball sozusagen. Und dann lag der ganze Schrank Boden voller Socken. Also wie gesagt, die eine Hälfte mit den Halben, also einer fehlt und die andere schon schön geordnet. Weil mein Mann ohne Socken morgens und wenn der morgens weg muss, dann wird er pissig. Also eine Socke muss er immer im Schrank haben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Katze hat sich nun ausgerechnet diesen Schrank ausgesucht, um ihre Babys zu bekommen. Überall war Platz. Überall hätte sie können. Wir hatten auch Decken für sie und wir hören ja auch, sonst hattet ihr ein eigenes Zimmer im Keller, haben wir ihr gemacht, ja. Weil ich war zu dem Zeitpunkt auch hochschwanger. Aber noch dazu. Gut, nein. Madame geht in den Sockenschrank und kriegt da ihre Babys. Und jeder, der schon mal das gesehen hat, wie das funktioniert mit Babys machen, beziehungsweise Babys bekommen die Müllmänner wieder da, wie jeden Morgen um diese Zeit, wenn wir hier das halbleib für die drehen. Dreh gleich mal um, wenn die dann hier einparken, um wieder rauszufahren, um den Berg wieder runter zu gehen. Das mit den Babys kriegen, und das ist eine recht schleimige Angelegenheit. Also, und ist ja nicht nur eins. Ich glaube, wir hatten sieben oder so. Sieben Babys oder fünf. Ich weiß nicht mehr. Ganz viele jedenfalls. Und überall so ein Schleim und Blut und keine Ahnung was. Also, das war nicht lecker. Und mein Mann, oh mein Gott, als er das gesehen hat. Mein Mann mag Tiere, ja. Aber so schleimige Geschichten in seinen Socken. Er hat nichts gesagt, aber sein Gesicht, ne. Das ist für die, also das werde ich mein Leben nicht vergessen. Als er da in seinen Socken diese schleimigen Fellknoe gesehen hat. War natürlich putzig, ne. Aber die mussten da alle raus. Und ich musste alles waschen. Und die mussten da umziehen. Also, wenn die Socken in seinem Kleiderschrank, das ging nicht. War kein Problem. Wir hatten ja auch alles vorbereitet für die, für die, ähm, Geschichten. Ja, mein Lieben, so war das. Und, ähm, das war jetzt mal so eine kleine Anekdote. Ab frühmorgen, weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ähm, weiß nicht, wie sind wir denn jetzt auf diese Katzenbabys gekommen? Ich hab keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ähm, das war lustig. Ja. Ja, ich geh zum Basar, ne, komm. Gehen wir hin und was? Nee, aber ich kann ja auch nur an den Eingang gehen. Da sind ja nicht so viele Leute. Ich muss ja nicht ganz reingehen, ne. Kann ich ja machen so. Und jetzt einmal noch einen Blick von den, ähm, nee, das brauch ich ja gar nicht. Nee, sonst muss ich schneiden. Also machen wir das. Nee, dann gucken gerade. Das geht nicht. Die gucken. So, jetzt. Mit Sonnenbrille. Oh Mann. Das ist aber schick, ne? Das ist aber schick. Genau. Ja, mit, also mit diesen schönen Aussichten hier von meinem alleinianischen, ähm, Ausblick und, ähm, Vorhof sozusagen, wo ich immer sitze und jetzt frühstücken werde. Ich hab ein bisschen Hunger. Ähm, verabschiede ich mich von meinem Half-Life-Video und, ähm, fordere euch auf. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann geht gerne oder wechselt gerne zu meinem Vlog, der natürlich, ähm, von gestern war, logischerweise, weil, ähm, ja, so, äh, das live zu machen oder das, ähm, am gleichen Tag noch, ähm, hochzuladen, wie ich das eigentlich gerne immer machen wollte und das bisher aber noch nicht so richtig, ähm, hinbekommen habe. Also meine Vlogs gleich am gleichen Tag hochzuladen, ähm, ja, vielleicht schaffen wir das irgendwann nochmal. Ich weiß es nicht. Jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal ganz herzlich. Wünsche euch ein richtig tolles Wochenende. Ich hab gehört, bei euch soll das schon, ähm, am Morgen oder am Abend richtig kalt sein. Ich hab Jimmy gestern gefragt, dass er angekommen ist bei, äh, in Hamburg. Er sagte, das geht, also es ist kühl, ja, aber es ist nicht kalt. Also ich glaube, dass es noch erträglich ist, ne? Aber morgens hat mir Gazi berichtet, ähm, dass bei denen neun Grad war in Bad Oldesloe. Also, ähm, vorgestern war das, glaube ich. Das, das will man noch nicht haben. Aber bei uns war es diese Nacht, muss ich jetzt mal so berichten, ähm, es ging. Ich bin gestern ja noch in den Pool gegangen. Ich glaube, ich ging, wann ging ich in den Pool? Ihr wisst das besser, Viertel nach neun oder so, halb zehn, ich weiß nicht. Bin ich nochmal rein, hab einen Fuß reingesteckt, hab gedacht, Mensch, okay, das kann man vielleicht machen. Es war eine Überwindung, so ein bisschen da rein. Es war schon kühl, ja, es war jetzt nicht so pi-warm wie sonst, aber es ging. Es war so, so handwarm, würde ich sagen. Und, ähm, bin ich auch meine Runden geschwommen. Ich glaube, so 15 Minuten war ich drin. Und als ich rausging, ist es natürlich kalt, das ist aber auch im Sommer so. Bin in die Dusche und war jetzt nicht so, dass ich dann gefroren hab, um mir gleich Strumpfe angezogen. Ich bin aber auch dann, äh, ins Bett, ne, muss man auch sagen. Ich hab mich dann zugedeckt, also es war, war angenehm. Und auch jetzt hab ich das Gefühl, wo ich hier so sitze, dass ich mir schon so ein Handtuch über die Füße legen müsste. Also es ist in den Bergen schon ein bisschen abgekühlt, morgens und abends überhaupt gar keinen Vergleich, wahrscheinlich mit eurem Wetter. Ja, das sind halt die Vorzüge, wenn man dann hier in Alanya ist, ne? Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss.